Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video auf meinem zweiten Kanal. Lasst ein Abo hier drauf, weil wenn ein Brawl Stars Video kommt, dann immer nur auf meinem zweiten Kanal, also immer nur hier. Keine Ahnung, was euch los ist. Letztes Mal habt ihr komplett übertrieben. Ich hab das Video einfach fast 70.000 Aufrufe gemacht. Runde 2, Brawl Stars und ich hab auf Streamlisting gespielt. Wir haben die 400 Pokale geknackt. Ich bin meinen eigenen Clan beigedrehten. Wir haben das Event Mega Schwein gespielt. Wir haben jetzt sogar über 20 Star Drops. Kann sein, heute ist hier die erste legendäre Karte. Heute die erste legendäre Karte. Spike oder so. Zerschlag das Mega Schwein. Ach, ich verschlagen. Ja. Okay. 106 Blink. Das ist eigentlich voll wenig, oder? Ist das viel? Ist 106 viel, Chat? Okay, 500 Münzen nur. Okay. Power-Punkte 213. Ey. Okay, wartet. Das ist der erste Star Drop von 20. Erster Peck. Boah, selten. 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 Ey, Digga, Bruder. 50 Münzen, Digga. Zweiter Star Drop. Episch. 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 Bitte. Power-Punkte für beliebigen Brawler 100, Digga. Dritter Star Drop. Dritter Star Drop. Episch. Oh, gewartet. Es kann jetzt noch höher gehen, ne? Warte. Oh, nein. Oh, nein. Es bleibt episch. Oh. Digga, ein Emote, Digga. Buh. Digga, Buh. Okay. Vierter Star Drop. Super selten. Super selten. Super selten. Ja, super selten, Digga. Wo sind die Workouts? Bull and Credits. Ey, Workout. Bull. Yeah. Wie viel Rating hat dein Chat? Ist das 86, 87? Äh, 83 Rating. Ey, Mann, Digga. Uh, ey, wartet. Einer von den beiden hat mich übel abgefuckt. Ich weiß mal nicht, welcher das war. Boah, Dynamike oder 8-Bit. Boah, der ganze Chat ist voller Dynamike, Bro. Ja, okay, natürlich Dynamike. Dynamike mit 87 Rating. Boah, Bruder. Üff, er ist mit C-Futter. Auswählen. So. Okay. Nächster Drop. Boah, er startet direkt so hart, ne? Selten. 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 Selten, Digga, Junge. Ja, irgendwelche XP-Verdoppler, Junge. Digga, wo sind die scheiß Degen? Ich brauche Icons, Digga. Ich brauche Icons. Legitäre Drops, Icons will ich haben. Super selten. Super selten. Super selten. Scheiß drauf. Ja. Ey, 100 Münzen. Wenn ich schneller tippe, hat man mehr Pack-Luck? Oder ist das, stimmt das nicht? Oder ist das Cap? Okay, ich brauche es eins mal richtig schnell auf, okay? Oh! 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 Ey! 13 Drops. Ja, Müll bringt nichts. Nein, nein, ich habe gerade so schnell getippt, wie noch niemanden ganz liebig getippt habe. Epic. Ey! Im zweiten! Im zweiten! Warte. Nein. Nein. Es bleibt epic, Digga. Ey, einmal will ich Degen der sehen. Einmal. Ich habe wieder ein Emoji. Schon wieder ein Emoji. Schon wieder ein Emoji. Schon wieder ein Emoji. Selten. Super selten. Super selten. Super selten. Ja, ich kenne das. Das Scam. Das Scam ist mehr als Ace-Bots. Ich habe jetzt noch 10 Drops. Episch. 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 Boah, kann ich einmal Mystisch bekommen, bitte? Einmal. Und dann bling. Es sind wie 7,5 K-Packs langsam, ne? 7,5... Ich meine es todernst. Das sind 7,5 K-Packs. Ich will ein Legendary-Karte haben, Digga. So, XP-Verdoppler. Yeah. Selten. 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 Powerpunkte für beliebig. Was soll ich damit anfangen? Dank Faro kriegen wir 100 legendäre Drops. Yeah, nice. Super rare. Ey, Digga. Ich ziehe gar keine Walkouts mehr, Chat, Digga. Die Spielsgap merkt es eher in Sports. Guck's euch an. Guck's euch an. Guck's euch an, Bruder. Das waren einfach meine 20 Drops. Oh, hier. Ey. Diese 3-Star-Drops. Ja, bringt mich... Bruder. Hab Hoffnung eh aufgegeben. Hab Hoffnung aufgegeben. Wieder viel Star-Drop. Ja. Ja. Nein. Nein. Was soll... Ich kaufe doch sowieso mit diesem Bling nix. Oh. Okay. Hey. Episch. 3-80er. Neater Emote, Digga. Oh, meine Club-Nachricht. Geh mal auf Club. Okay, ich geh auf Club-Chat. Haro einfach kein Pecklack, Digga. Du hast kein Pecklack. Nochmal so frech. Und du fliegst. Yeah. Sag sorry, Abi. Yeah, Luis. Sag sorry, Abi. Yeah. Okay. Was schreibe ich jetzt, Chat? In meine Clan-Nachricht. Das ist ja wie... Wie heißt das? Familienclan. Wer frech wird, der fliegt. Yeah. Will keinen sehen unter 40k Trophäen. Yeah. Er will, dass ich Schule abbreche und den ganzen Tag Brawler-Spiele, ja? So, sogar Big Bang wird dann gekickt. Nein, nein, nein. Ich meine, ihr habt jetzt Zeit zu griten, Chat. An allen, die noch durch 40.000 Trophäen haben. Ich hab 400 Trophäen. Ist egal, wie viele ich habe, Chat. Das ist mein Clan, yeah. Liebigen Brawler freischalten. Oha. Oha, wartet. Darf ich irgendeinen Geil nehmen? Oh nein. Warte mal. Wer ist der Beste? Ich bin Larry. Er ist Larry. Hab Larry genommen. So. Sorry, Chat. Hab Larry genommen. Abgenommen jetzt. Larry und Laurel, neuer Brawler. Okay, Chat. Ey, ey, walk out. Ah, deine Mike. Deine Mike, Digga. Ist er gut? Deine Mike, wie viel Rating? 86er Leo. Nein, nein, warte mal. Braucht man für den Skill-Chat, oder kann ich den auch spielen, auch wenn ich keinen Skill habe? Skill, skill, skill. Ey, scheiß, Mann. Das heißt also, ich kann den nicht spielen. Okay, episch, epischer Brawler. Ui. Ey, jetzt kann ich mir einen aussuchen, Chat. Eine Frage. Hab ich diesen Deine Mike jetzt in meiner... Also, kann ich den jetzt benutzen, diesen Deine Mike? Ja, das ist jetzt so, als hätte ich ihn gezogen, ne? So, als hätte ich ihn gezogen, quasi. Er ist mit M's Chat, sorry. Boah, ich sag irgendwelche Sachen, Chat. Ich hab keine Ahnung, was das heißen soll. Star Drop. Star Drop. Star Drop. Oh, man. Wieder Super Rare. Weg. Ey, Digga. Oh, ich dachte jetzt kommt, wie es ist mystisch. Ja, mystisch, mystisch, mystisch. Spike, oder so? Wartet. Legitär, 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 Legitär. Ey, Brawler. Halt's Maul. Spike, Spike. Spike. Ja. Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Spike, das ist krass. Das ist doch krass, oder? Shit. Halt's Maul. Ich hab' mir leh gezogen. Ey. Bruder, wie viel Backluck. Halt's Maul. Warum heißt der aber Damage-Dealer, Bruder? Und ist grün. Er ist grün und heißt irgendwas mit Dealer. Ist uns hasst, aber... Ja. Ja. Allerbesten Brawler im Game. Das ist Toti. Oh, ey. Der ist mir grad irgendwie aufgeregt, obwohl ich das noch nicht richtig verstehe. Warte. Ich will ihn mal ausprobieren. Ich hab' keine Ahnung, wie der ist, Chat. Ich weiß nicht, wie der ist. Boah. Boah. Wie... Ey, yo. Wie krank. Ey, warte. Wie viel Damage macht der? Nein, nein, nein. Das ist unfair. Das ist unfair. Warte. Upgrade ich nicht vergessen. Der Zafe ist ein krasses Gadget, oder, Chat? Star Power ist krass. Okay, warte. Ich grade ab, Chat. Warte. Das ist einer. Den kann ich full upgrade, oder, Chat? Also den kannst du mit meinen ganzen Münzen, die ich habe, komplett auf full machen, oder? Ey. Star Power hab' ich bekommen, Chat. Okay. Ich bin mit dem hier. 1000. Okay, kauf, Chat. Also, okay. Wenn ich genug Münzen haben sollte, gleich oder so, dann muss ich auf jeden Fall bei Star Power äh, Bogenwurf kaufen, oder? Ey, Star Super Space sieht ja übel geil aus, Chat. Ich find' der sieht richtig cool aus. Oha, wie cool ist Toon Spy? Aber ich hab' nicht genug Diamanten, Chat. Ich geh mal, ich geh mal in eine Solo-Runde rein, mit Spike, Chat. Wie viel Damage macht der? Digga, Geisteskrank. Boah, er macht so viel Damage. Ey, das sind einfach alle tot Ey, wie leicht Chat, warte, wann wird schon ein Rang eingestuft, Chat Wieder ein Star-Drop Legendär, schon wieder Schon wieder legendär Wartet, Heizmaul Heizmaul Hey, hey, hey Chat, was Was Nein, nein, nein Nein, 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 Bruder Zweites Mal Legendär Was ist das? Hyper-Blüte-Zeit für Spike Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Halt, rum, schreien alle Das ist wie ein tot der Mbappé Ey, Digga War es so ein krasser Zufall, dass es für Spike ist, Chat, oder war klar? Jetzt, warte mal Hätte auch für irgendeinen anderen Bruder sein können, den ich habe Für irgendeinen Heizmaul Als ob ich Spike Hyper-Ladung bekomme, Digga Nein, Bruder Das Spiel liebt mich Das Spiel will, dass ich Content-Creator werde Das Spiel will, dass ich Content-Creator werde, Chat Ja, ja, tot, tot, ja, tot, 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 tot Also jetzt, Chat, äh, Spike hat voll wenig, äh, Leben, ne, Chat Also vom Prinzip auf hat er voll wenig Leben Mein win, mein win, mein win, es ist mein win, ich habe gewonnen Egal wer kommt Egal wer kommt Nein, ulti verkackt, ulti verkackt, ulti verkackt, ulti verkackt Ey, walk out, walk out Ey, ich habe doch Bo schon, oder? Ah, neuer Bo Skin Das ist der Skin von Bo, aber ich habe Bo ja schon Ah, okay, okay, okay So, hast du da Bogen gekauft Bogenwurf mit Nadel, bla, bla So, vielleicht beim nächsten Mal Beim nächsten Mal vielleicht, äh, wen anders Aber jetzt, diesmal muss ich die noch mitnehmen Ich spiele auch mal ein paar andere aus dem Chat-Chat Nächstes Mal Ey, Chat, Noobs Player Dieser, dieser Engel da Welcher Charakter ist dieser Engel? Cold Cat Der Bro, sterbe ich die ganze Zeit Und meine Scheiß-Mate Ja, Bruder Müll Ey, Digga Ja, ich verliere einfach Wir verliere einfach Ja, ey, das war die größte Katastrophe, Bruder Den ich mir den ganzen Leben jemals gesehen habe, Digga Ey, Stark, Bruder, der Breite, Stark Reise, Dankeschön, mein Bruder Für den Sub, Dankeschön Boah Boah, schwer, Digga Ja, ja, und Subs haben wieder eine viermal höhere Wahrscheinlichkeit Subs haben wieder eine viermal höhere Wahrscheinlichkeit, äh, zu gewinnen Als non-Subs So, ich hab' gewonnen Bistig Aber wer ist der Bruder da oben, rechts, Digga Mein Bruder von Ding In der Hood Du hätt' einfach einen Scheiß-Ghetto-Blaster Als Raketenwerfer Hey, was war der? Hey Hey, was ist der Bruder? Hallo? Hey Er stirbt doch, Digga Er stirbt Digga BAAAAMM Let's go beim zweiten spot es kann sein ich drücke jetzt noch einmal es kommt legendär es kann sein ich gott nahkampf aha bringt doch weg doch er hat ansätze tot das angst aha aha ein guider zu gut meiner zuerst ist auch wieder er macht auge der macht auge jens verliere Oh, es ist ein Limit. Oh nein, nein. Okay, ruhiger. Ruhiger. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Ruhiger. 5 fliegen. Ey, ihr könnt ja kein Auge legen, Chat. Ich jetzt gewinne. Ey! Ja! 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 Scheiße! Ich finde, das war heute eine super Runde. Wir sind bei 5er Trophäen, haben zwei legendäre Sachen gezogen. Einer schreibt gerade rein, man sieht wie tot FIFA ist, dass du schon Brawl Stars spielst. Das hat nichts mit der Totheid von FIFA zu tun. Ich mache es, weil die Resonanz auf mein Video geistkrank war. Weil die Resonanz von euch, dem Chat, wie sehr ihr euch das immer reingeschrieben habt, in den Chat, also viel zu oft war. Und ich dachte mir dann einmal, okay, ich teste es einmal aus. Das war das Ding. Ich schwöre, mehr war es nicht. Auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten auf YouTube. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Lasst einen Kommentar für mehr Brawl Stars Video auf dem zweiten Kanal. Das spätbridge. repeating Tellmann tras und全部 gehtfors Contentplan. Das spät burden ist mit dieser nieditte Ebene. Ich mache es Ihnen'in tay Kord. Diese Fridayszwecher 23. Vielen Dank.